Musik Das ist ja Wahnsinn Komm, stippern! Das war ja schon unfair, ich und die in meinem Team, zwei besten Rechtsfüssen in der Mannschaft. Was geht, Leute, auf unserem Kanal Lianchi und Manni unterwegs in der Welt und ja, wir hatten gerade Spaß beim Fußballgolf und jetzt hier ein paar Spieler von uns, schau dich mal um, schau dich mal um hier. Und wir hatten richtig Spaß und was sagst du hier dazu? Leute, 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 komm mal kurz. Komm mal kurz. Komm mal kurz. Leute, Leute, komm mal. Wir machen eine Umfrage. Komm gleich. Leute. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der HSV in die erste Liga aufsteckt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich glaube, sehr gering. Du als HSV-Fan, Nico? 100 Prozent. 100 Prozent? Dieses Jahr wird alles besser. Aber nicht mit Fritz Walter. Ja, das war's mit unserem Video für heute. Mit unserem HSV-Check hier. Bitte folgen, Daumen hoch und einfach teilen, teilen, teilen und wir sehen uns nächste Woche. Bis nach See!